Yo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video gegen den Montel. Was geht ab? Und wir haben schon zwei Videos aufgenommen für seinen Zweitkanal. Das waren zwei richtig, richtig coole Matches. Ich verlinke euch mal beide oben in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, Leute, El Clasico Barca gegen Real. Vamos! Jetzt bin ich ein bisschen angespannt, wo ich hier der Gast bin, Digga. Let's go. Ja, Digga, jetzt kriegst du erstmal das Anschluss-Tor, Digga. Wahrscheinlich. Das Einzige, was du mal gesehen hast, war das, was ich dir gedrückt habe. Ja. Oh, oh. Alter, Alter. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Das ist doch gar nicht. Alter. Mit dem Controller werde ich nie wieder spielen. Digga, WTF? Was war das denn? Was macht ihr denn? Ich habe keine Ahnung. Ey, was ist das hier gerade? Ich glaube, er hat gedacht, er hat einfach den Gegenspieler angepasst. Oh, yeah. War was? Easy, Digga. Das war ganz, ganz, ganz dämlich von mir gemacht. Digga, damit hättest... Also irgendwann wärst du bestimmt durch, komm, aber das letzte Mal der Digga... Oh, 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 oh. Komm, Marcelo, easy. Und jetzt nochmal Messi. Alves! Oh, mein Gott. Name, hello. Nice. Scheiße. Nice. Scheiße. In den Rückraum. Oh Mann, ich wollte eigentlich auf Suarez. Warum ist da so eine Lücke? Ey, Mann! So. Och Mann, ey. Nein, ich dachte... Ey, was ist denn das für ein Scheiß-Pass? Du... M-m-m-m. M-m-m. 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 M-m. 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 Was soll das nur? Effektivität nennt man das! So, jetzt gehts los. Komm Messi, lauf Junge, lauf, 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 leg ihn dir vor Digga. Ja Digga, ja Digga. Hey Digga, hör auf. Bei denen geht's ja ganz gut klar. Mach ihn jetzt. Hey Mann, fuck off! Was machst du denn? WTF, wieso ist der Torwart da? Gib mir den Ball! WTF? Wieso ist der Torwart da gewesen Digga? Ich weiß es nicht, du hast wahrscheinlich Dreieck gedrückt. Nein, nach gar nichts hab ich gedrückt. Digga, da war der da. Mann, geh doch zum Ball, du scheiß Glatzkopf, man. Mann, jetzt bitte. Danke. Lauf. Nice. Jetzt bitte mach mir was. Faul? Ne, das war einfach ein bisschen Körper Digga. Messi hat doch keinen Körper. Ach komm Alter, meine Fresse Alter. So, let's go. Komm jetzt. Jetzt wird er geprägt. Und let's go. Nein. Nein. Geh doch rein. Ja, er liegt da rum. Komm, mach das 4-0 runter. 5-0, 5-0. 4-0? 5-0. Hä? Nein, 4. Wieso fasst du schon wieder meinen Fuß? Digga, weil ich gewohnt bin, mich hier anders hinzusetzen. Oh. Oh. Ey, hör auf. Ey, hör auf. Ey, hör auf, Mann. Ja. Reine Zettnübe. Und let's go. 5-0. Digga, du kannst nicht mehr auf ihn gehen. Okay, Leute. Ich glaube, ich hör wieder auf ihn bei FIFA. Digga, hör rein. Hau rein. Hau rein. Ich wette, ich schaff nicht mal ein Tor, selbst wenn du den Controller weg legst. Wette, ich schaff nicht mal so ein Tor. Komm, Digga. Biestmusik ab. Digga, ist das so eng? Wahrscheinlich bei meinen ganzen Toren nicht eine Zelebrierung mit Musik. Bei deinem Tor nicht sie mit Musik, Digga. Ja, ist auch so. Ja. Okay, gut, Leute. Wenigstens den Ehrentreffer noch gemacht. Darauf kann ich stolz sein. Also schaut bei Monte seinen beiden Videos vorbei. Wir haben wie gesagt auch noch aufgenommen. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wir snacken jetzt Pizza. Ja, Digga. Und tschüss. Also schon mal wieder hin. Ja, das ist ein Schrauch.